Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde am Showdown. Dann schießen wir wieder mit Red Skyline und Mr. Hype. Was ist denn das scheiß Ding? Oh Gott, ich hole es sonst mit Schlange. Okay, irgendjemand hat doch schon den Dicken gefunden. Den anderen Dicken. Geh weg. So. Nix fallen gelassen in der Schuft. Da oben sind Hunde und der Zwänger. So. 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 Was machen die Jungs denn jetzt? So. Die kommen auch. So. 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 Ich höff nicht irgendwie die Bazookas. Oh Gott, ist das hier tief. Boah, Alte. Boah, ist das hier? Ja, weiß auch was haben. Und ich glaube, das hat es schon gemacht. Mhm, glaube auch. Nee, ist weiß. Weiß? Hm. Na, das ist eine Ausdauerspritze-Attacke. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, Fresse. Alter, hör mal auf! Oh-oh. Oh-oh. äh, durch den Kamin ist der Falle, ja hast du schon gelegt? okay das sieht man nicht ich wollte auch gerade ein paar reinlegen, aber ich finde keine na gut, das ist die für Box nur Schrott auf wen ging das? äh, Nord-Nord-West schafft mich irgendwo, ja, auf dem Berg oder wo oder weiter unten, ganz nicht genau da ist er mhm ist die mit der Bounty? ne, ne die kommen aber erst auf auf der ist tot da da oben läuft noch einer hier muss auch noch einer sein da ist noch einer leider nichts auf entfernung drei stück drei stück einer da einer da einer da laufen alle in die richtung nach dem scheiß dach da alle drei da lang ich werde wieder hoch bevor ich stecke kommen jetzt hier bei mir bei dir ja ich bin aber auch weit weg von euch einer erst richtung nordwestlich in die anderen beiden noten nordwestlich ich weiß nicht wie weit ich vorziehen muss genau hier ein mann kommen wir sind rösten genau bei dir aber genau bei mir einer hier über mir und einer hier hinter mir ja ich mich ich bin und da noch nicht ich schieße er denn von da ja ich geh bald darauf wie gesagt werden wir hoch auf dem ersten ne ja noch hinter dir oh ja hinter uns sind noch drei naja gut 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 ok sind alle drei noch bei mir aber alle sehr ruhig ich bewege mich jetzt mal nicht also hier sind fünf mann 1 2 3 4 5 wir haben die wunderschmutzel einer weniger ja schön ein aus jana bei uns die haben mich gefunden noch einer bei dir da direkt sein was soll der geiz so bin wieder da hier dahinter einer hat hit und blutet getradet die vier sind es noch einer dann oder einer noch ja ich sei denn der andere ist aufgestanden das weiß ich nicht glaub nicht scheiße alle tot sammelt auch ne leist glaub ich rum ja nicht erdurcht nach dem speer hat er geworfen der sack netter alt kommt wieder rum damit klatscht glaub ich sein mait auf doch nicht alter mich bitte nicht wieder aufheben natürlich hat er wieder in den berg rein kämmt der wichser was ist er denn mit der schraubse scheiße ich hab noch gar keinen packen dass er mal noch aufheben dauert wo ist der wichser ne warte mal dann sind wir beide waffen weg das ist ja auch quatsch also im moment ist ich weiß nicht wie weit ich jetzt gucken konnte aber es sah safe aus bisschen ungewöhnlich hier sieht noch einer wo hab ich getradet ich weiß es nicht mehr irgendwo hier ne ich steck mal mit dem hin das ist ne super idee schön dass jetzt alles von allen genutzt werden kann ja auch dass man keinen geier mehr dafür braucht sind wir schon raus ja ich sehe keinen mehr also was ich auch nicht mehr sehen kann ist jetzt wo die andere bounty ist dadurch dass wir gestorben sind ja ich möchte bin beim wagen ich brauche ihn treffen hm da zwei zwei südost zwei südost es sind drei eine aus hier links noch ok eine aus nordostost ja ja oder wir rennen raus obwohl das ist wahrscheinlich wieder so offen war ja 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 klingt mal ungefähr die richtung ich weiß sind es nicht rum die richtung also die richtung sind zwei einer muss und einer ist hier irgendwo ja aber mehr sehe ich nicht und ich dachte wir wären durch ne konnte ja eigentlich nicht ne ne kann man oben aber oben war ein tunnel genau hmm hm 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 Geh mal zum Tunnel Irgendwo da Also die Richtung Ist ja kein Tunnel Alle drei jetzt hier Also in die Richtung Okay Alle drei Da läuft einer, genau beim Ping Hits, keiner, der hier hat Hits Einer sitzt hinter und stein rechts Mhm Aufm Stein Aufm Stein Ich weiß nicht, wie weit ich hier vorziehen muss Tot Sehr schön Der ist tot Mhm Da läuft einer Sitz da Okay, die Waffen hat er hier fallen lassen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Hier kommt irgendwo einer Da kommt irgendwo einer Ja, ja Bei mir ist auch, bei mir ist auch einer Ich hab gar keine Sicht mehr, scheiße Ja, der ist ja direkt dahinter Na, einer ist hier Ja, einer hier Ja Bin hinter dir Mhm Einer down Einer läuft hier unten Unter dem Stein Unter dem Stein Oh, mit Armbrust Hat Hit Er ist glaube ich down Ja, er ist down Ja, er ist down Ich hab Dann hab ich ja los Ich weiß es nicht Ja, da ist nix Ist clear Hier liegen so eine Waffe noch, ich sehe da eine Leiche Ah, die Leiche liegt oben, genau Ja Wenn wir jetzt noch den richtigen Pack gehabt hätten, dann wären wir auch alle wieder Alle wieder heilen Aufgehalten Aber nö Na gut, ich bin ja jetzt eh raus Und eine ist hier Oh Dann Na gut Na gut War doch gar nicht so schlecht Und schon Ich mach mal der Bounty frei aus Haben wir alle drei Bounties, ne? Ja, wir haben alle drei Achso Wird nur nicht angezeigt, weil wir da umgegangen sind Okay Ich hab sie aber eingesammelt Ja, wir müssen nachdenken Dich Wenn dann Wann Wann Nein Wir sind Es gibt Wann Jungen Untertitelung des ZDF, 2020